nabend so turtle hier mit einer klitzeklein ja mini nachricht oder info für euch ich habe zwar letztes mal schon angekündigt dass ich jetzt erstmal auf unbestimmte zeit die streams aussetzen werde weil mausi ja noch im krankenhaus ist kurzes update für euch sie ist es immer noch und wird es auch wohl wahrscheinlich noch ein paar tage bleiben da es erst wieder gut wird dann wieder schlecht dann wieder gut dann wieder schlecht das ist halt momentan nur ein auf und ab deswegen werde ich auch diese woche die streams aussetzen dazu zählt auch das was dienstag eigentlich immer kommt und zwar naja unser special alias event day das werde auch für diese woche werde ich das noch mal aussetzen das heißt nächste woche dienstag kommt es auch nicht so jetzt schon mal die kleine rand info sollte jetzt auch nicht allzu lang werden das video soll halt nur eine info sein dass diese woche keine streams kommen schauen wir erstmal bis nächste woche ob es da dann wieder alles klappt oder nicht und ob mausi dann auch wieder daheim ist und es auch hier wieder gut geht so das erst mal dazu dann würde ich sagen danke fürs kurze zusehen ich hoffe ich konnte jetzt auch jeden mal mit erreichen und wir sehen uns dann ach ja halt bevor ich jetzt beende ich bin immer noch ganz durcheinander die let's plays die derzeit laufen wie zweimal fallout täglich cyberpunk astro near und dragon age werden trotzdem weiter laufen es sind es zählt jetzt quasi nur die streams die derzeit nicht laufen werden bezüglich ich auch event day weil dafür brauchen ein bisschen zeit die ich momentan halt eher im telefonieren verbrauche ja corona for the win gut denn danke fürs zusehen und jetzt machen wir wirklich ende